Unser Silomais Colosso ist beeindruckend in jeder Hinsicht. Es ist ein Silomais im Reifebereich 250, Kornbereich 240. Wieso ist er denn beeindruckend in jeder Hinsicht? Zum einen hat er eine sehr gute Jugendentwicklung, eine super Standfestigkeit. Im Silo-Biogasbereich sehr hohe Trockenmasseerträge, sehr gute Qualitäten, sehr hohe Energieerträge, sehr hohe Stärkeerträge, hat eine super schöne Kolbenausbildung, kann ihn auch mal dreschen. Ist zwar nicht die Hauptnutzungsrichtung, Hauptnutzungsrichtung liegt im Silo-Biogasbereich, aber wie gesagt, wenn es mal ist, kann ich ihn auch dreschen, weil eine gute Standfestigkeit bis zum Schluss hat. Man sieht, es ist eine extrem massenwüchsige Sorte mit aber guten Qualitäten. Also in der Summe, wie gesagt, beeindruckend in jeder Hinsicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.